Schatz, das war vielleicht wieder ein harter Arbeitstag in der HSH Nordbank. Vormittags hat mir die Assistentin eingeblasen und abends musste ich dann noch mit dem Chef ins Bordell. Das mache ich jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Unsere Mitarbeiter arbeiten jeden Tag sehr hart. Unser Motto in Zeiten der Finanzkrise ist, reger Geschäftsverkehr, pralle Gewinne und steile Kurven. Das ist doch nicht normal für eine Bank. HSH Nordbank, die Bordellbank.